Mein Name ist Thomas Lochbiller, Direktor von der Anwendungstechnik und Engineering Abteilung bei Deckelmaub Fronten. Ich möchte Ihnen unser neues Produkt vorstellen, die CELOS Oberfläche, CELOS Software. Wir bezeichnen es als Prozess-Produktions-Maschinen-Management-System. CELOS bildet den Kern der digitalen, vernetzten Produktion dar und bildet schon den Industriestandard 4.0 dar. CELOS hat den Vorteil, einmal die Einheitlichkeit. Das ist das erste Mal, dass bei DMG Mori Saiki auf allen Maschinen die gleiche Steuerungsoberfläche haben. Sie haben eine Kompatibilität zu ERP-Systemen, Sie haben die Offenheit des Systems, Sie können weitere Apps einbinden und Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit anderen PC-Computern zu verbinden. Ein weiterer Vorteil ist die Durchgängigkeit des Systems. Einmalige Datenhaltung, einfache Visualisierung, einfache Dokumentation von Auftrags-, Maschinen- und Prozessdaten. Aktuell ist das CELOS-System für die Hightech-Produkte von DMG Mori Saiki erwerbbar. Hier sehen Sie den Einstiegsmonitor mit diesen 12 Apps, die unterschiedliche Funktionalitäten beinhalten. Sie sehen auch, dass wir die Apps in unterschiedlichen Farben gestaltet haben, um dem Anwender das Bedienen zu erleichtern. Wir haben grüne Apps, die stehen für Produktion, wir haben blaue Apps, die stehen für Accessories, wir haben gelbe für den Support, wir haben orange für die Settings und wir haben auch violette für die Monitoring. Mit CELOS haben Sie natürlich auch den Vorteil, Sie haben einen 21,5 Zoll Touchscreen, was ja sehr modern ist. Damit haben Sie auch einen sehr attraktiven Arbeitsplatz. Wir haben auch das Ergoline Bedienpanel, um jedem Bediener die richtige Arbeitshöhe einstellen zu können, um auf dem Arbeitsplatz ergonomisch, einfach und intuitiv zu gestalten.